Jo 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 Bitches Profit is back Au Ei Und willkommen zurück zu Bioshock Infinite Ja Ähm Wir waren Ach man Leckt doch die Hm So und zwar äh heutiges Thema Facebook feiert 10 Jahre Es ist unglaublich Eieieie Huh Ja Facebook feiert 10 Jahre Danke an Mark Zuckerberg Dass er uns dieses tolle soziale Netzwerk Äh Programmiert hat Kann ich da nicht? Nein In die Fresse Bitch Ich muss den Antrieb lahmlegen Und das Ding runter holen So Hm Zack Danke Monition Du gehörst mir Mir ganz allein Ja wer von uns benutzt Heutzutage kein Facebook Im Flug Einhundertzwanzig Millionen Leute glaube ich sind äh Bei Facebook registriert Ich weiß aber nicht die genaue Zahl Leckt mich fett Schnauze Ha Im Flug Ha Gegeben Ich muss den Antrieb lahmlegen Und das Ding runter holen Ja Musst du Zack Kapott Okay Jetzt runter von dem Ding Dann mal los Oh Ich höre nur duit Wo ist denn das Schiff eigentlich? Nichts wie rein Ich weiß gar nicht wie viel ihr verpasst habt Ich glaube ich weiß es gar nicht Ich habe mir die dazu folgen nicht mehr angeguckt Ich hoffe das Bildformat ist jetzt okay Ich habe es an dem Beispiel Black Ops Äh Black Ops Call of Duty 2 Call of Duty Black Ops 2 Ein bisschen optimiert Da war ja Die letzte Folge letztens Fuck Jetzt habe ich einen von mir Erschossen Ei Elisabeth Da musst du da was finden Ja Und im Moment Äh Habe ich das so gemacht Ich und äh Da wir jetzt mit äh Black Ops aufgehört haben Ich schweife jetzt voll ab gell Ich war bei Facebook Jetzt bin ich hier Ähm Ja also wie gesagt Ich erkläre das mal kurz Also wir haben Ähm Ja mit Äh Oder ich habe halt mit Call of Duty angefangen Der Dreamtext ist dazu gestoßen Und jetzt habe ich gesagt komm Ja das ist dauernd der gleiche Shit Er sagte sie kommt und holt sich Fink Wir müssen mit dem Aufzug nach oben Wie wäre es denn wenn ich Oh ich muss aufstoßen Äh kann sein dass bei mir gleich das Telefon klinge Weil ich erwarte einen Anruf Aber ich will jetzt nicht so lange warten Ähm Brennt das ab? Ne Da habe ich gesagt komm das ist jetzt dauernd das gleiche Machst du mal äh Hörst du mal auf und da habe ich halt dann aufgehört Mit Call of Duty Und dann war es doch soweit Oh Ähm Da habe ich mir dann doch äh Battlefield geholt Und hab dann gesagt komm machst du mal ein Battlefield 4 LP Mach ich auch Jetzt hat der Dreamtext natürlich nichts mehr was er mit uns machen kann Ziehen wir nicht Haha Salze Ähm Uh Zu viele Salze Und wir sind halt dann Automaten Und da haben wir uns dann so überlegt Und da kam er dann mit der um mit der Ecke Um die Ecke mit Daisy Und da hab ich so ja und ne und vielleicht doch Und jetzt ist es doch soweit Jetzt haben wir uns entschieden Daisy zu machen Jetzt läuft Daisy bei mir nicht Ich krieg keine Server angezeigt Wer? Fitzroy und Comstock Und jetzt läuft Daisy doch bei mir also demnächst wird dann bald die Aufnahme starten Und abermals gehen wir ans Telefon Und abermals gehen wir ans Telefon Ähm Hallo Fink Ich nahe dich sterben Booker Mit eigenen Augen Fitzroy Hör zu du hast deine Waffen Jetzt will ich mein Luftschiff Aber mein Booker David starb für die Boxpopuli Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist Mein Booker David war ein Feld Einer von dem er seinen Kindern erzieht Du machst alles nur komplizierter Mann die ist völlig weg Sind die böse? Ich würde gerne Ja Ja Komm Komm her Bäm Was ist das denn? Äh Hm Gut Ja Facebook 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 ist also naja hm Bis auf das große Datenschutzproblem was Facebook hat ist Facebook eigentlich ganz gut ne Wozu es gut sein kann Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine Die sozusagen das beste aus zwei Welten vereinst Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein Vielleicht hat Comstar Verwendung für so etwas Zum Beispiel als Wachpost Hm. Gut, finde ich jetzt nicht so geil. Elizabeth. Dankeschön. Wird mich mal interessieren, was ihr so zu diesen Datenschutzproblemen meint, was Facebook hat. Ich finde es um ehrlich zu sein grauenvoll, dass da so dermaßen uns die Zügel gebunden sind. Hä? Von wo? Ah, von da. Wo ist der denn? Zack. Oh. Ah, so. So, das war's mit dem auch. Oh, ich will da jetzt rein. Was? Nein. Zack. Jetzt. Mann, ich will da rein. Hier, Haken gefährlich? Haken. 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 Noch ein Haken. Oh. Zack. Kommt ab. Nein. Okay. Schluss mit Spaß. Nerv. Hm? Achso, ja. Jetzt muss ich hier wieder durchgehen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge und dann muss ich mal gucken, mit welchem Thema es weitergeht, ne? So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Töter, um, was mein, was du für ein, was du dauerst. Ich geh mal auf, was du dauerst. Ich gehe mal auf, was du dauerst. Und wo das, was du dauerst. You. ment. Vielen Dank.